so freunde ich habe einen kurzen ausschnitt von engelsgesicht stream da teilt ihr die information mit dass papa krall in dieser woche freigelassen wird bevor ich den stream einblende muss ich kurz dazu sagen dass dieser stream eine woche alt ist viel spaß mit dem video mit tiktok macht wenn er wirklich nächste woche kommt ist die tiktok amasche wallah bruder sein bruder hat mir so erzählt auf koran und wartet was er mit tiktok da da bin ich sogar nix bro da bin ich sogar nix da bin ich sogar nix neben ihm ihr wisst ich selekt ihn aber da würde ich sogar meinen maul halten zeitlicher legende ja wallah sein bruder sagt er kommt vielleicht ich schwöre es euch und sein das ist keine lüge angeblich nächste woche also ich kann euch nicht stimmt bruder einer sagt 50 jahre einer sagt 100 jahre einer sagt zehn jahre teif und danke für die geschenke mein bruder nächste mal her und ich schick sie mal geschenke jetzt ich habe jetzt gesehen ja der hat nach hinten geglättet wie gesagt polizei schaut zu ich mag solche lüge nicht ich mag solche lüge nicht ich verwende wie gesagt Vielen Dank.